Wolfgang Kneipp ist ein ehemaliger deutscher Fußball-Torwart. Biografie Torwart beim 1 Die Karriere Kneipps im hörklassigen Fußball begann 1970 beim damaligen Regionalligisten 1. FSV Mainz 05 Der ein Jahr zuvor vom rhein-hessischen Verein TSV Zornheim zu den Fünfern gewechselte Torwart wechselte sich meist mit dem ein Jahr älteren Wolfgang. Obenab Dauerhaft Stammtorwart wurde Kneipp erst in der Saison 1973-74 still. Im Sommer 1973 wurde er mit den Mainzern Südwestmeister, scheiterte aber in der Bundesliga-Aufstiegsrunde. Nach dem ersten Mainzer Zweitliga-Jahr wechselte Kneipp 1975 zum hessischen amateurligisten SV Wiesbaden. 1976 verpflichtete der Bundesligist Borussia Mönchengladbach den Torhüter, der sich umgehend im internen Duell gegen Ulrich Sude durchsetzen konnte und als Ersatz des verletzten Wolfgang Kleff einsprang. Neben der deutschen Meisterschaft in jener Saison erreichte Kneipp mit der Borussia auch das Finale um den Europapokal der Landesmeister. Das die Mönchengladbacher am 25. Mai 1977 im Olympiastadion in Rom gegen den englischen Titel Träger FC Liverpool mit 1 zu 3 verloren. Nachdem Wolfgang Kleff sich im Verlauf der Saison 1977-78 still von seiner Verletzung erholt hatte, räumte Kneipp nach zehn Bundesligaspielen das Torhüter. Um rechtzeitig zu Beginn der Saison 1978-79 still Kleff wieder als Stammtorwart abzulösen. In den siegreichen Finalspielen um den UEFA-Pokal der Saison 1978-79 still hütete Kneipp in beiden Partien gegen Roter Stern Belgrad das Gehäuse der Mannschaft von Trainer Udo Lattec und wurde entsprechend UEFA-Pokalsieger. Mit dem Trainerwechsel von Udo Lattec zu Jupp Heynckes am 1. Juli 1979 wechselte auch Kneipps Konkurrent Kleff den Verein. Kneipp blieb in der Saison 1979-80 still folglich Stammtorwart der Borussia. Unter seinem ehemaligen Mitspieler Heynckes erreichten die Mönchengladbacher in jener Saison abermals das Endspiel des UEFA-Pokalwettbewerbs. Unterlagen aber mit Kneipp dort in zwei Finalspielen knapp den Konkurrenten aus der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Zur Saison 1981 wechselte Kneipp von Borussia Mönchengladbach zu Arminia Bielefeld, bei der er die Nachfolge des zum Hamburger SV abgewanderten Uli Stein antrat. Bei der Arminia blieb er, abgesehen von einer Saison ohne Anstellung, in der er durch Oli Isoahor ersetzt wurde, bis zum Bundesliga-Abstieg des ostwestfälischen Traditions-Clubs 1985 die Nummer 1 zwischen den Pfosten. Und absolvierte unter dem Strich in neun Bundesliga-Spielzeiten 245 Spiele, da er am 23. Spieltag der Saison 1984-85 still im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt als Schütze zu einem Foul-Elfmeter antrat und mit seinem Schuss den Frankfurter. Torwart Jürgen Palbezwang ziert auch ein erzieltes Tor seine Bundesliga-Statistik. Auch in der 2. Bundesliga und selbst nach dem Abstieg der Arminia 1988 in die Drittklassigkeit wechselte Kneipp den Verein nicht mehr und blieb bis in die Saison. 1.992, 93. Aktiver in der ersten Mannschaft der Bielefelder. In der Zweitliga-Saison 1985-86 still verwandelte er am 10. Spieltag beim Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig erneut einen Foul-Elfmeter. Während der Zweitliga-Saison 1986-87 still kam Kneipp am 15. Spieltag bei der Heimparty gegen den VfL Osnabrück zu einem Einsatz als Mittelstürmer. Weil der Arminia verletzungsbedingt nicht genügend Feldspieler aus dem Profibereich zur Verfügung standen. Ein Tor gelang ihm nicht, das Spiel ging nach einer 2-0-Führung schließlich mit 2-3 verloren. Nach dem Ende seiner aktiven Zeit als Profifußballer ist Kneipp im Innendienst der B.D. Bielefeld der Württembergischen Versicherung AG tätig. Karrieredaten Bis 06 1969 TSV Zornheim 07 1969 bis 06 1975 1 FSV Mainz 05 07 1975 bis 06 1976 SV Wiesbaden 07 1976 bis 06 1980 Borussia Mönchengladbach 07 1980 bis 06 1982 Arminia Bielefeld 07 1982 bis 06 1983 ohne Vertrag 07 1983 bis 07 1993 Arminia Bielefeld 07 08 08 08 08 08 08